Hi Freunde, Herzlich Willkommen zurück zu The Rift Breaker. Zwei Videos sind irgendwie verloren gegangen. Keine Ahnung wie, ich hab die schon gesehen. Die wurden definitiv aufgenommen und die haben gepasst. Und jetzt sind sie weg. Einfach weg. Warum wird sie nicht angezeigt, dass sie nichts mehr hat? Wir haben hier auf jeden Fall Palladium bereits abgebaut. Hier steht immer schon mit einer. Und große Energieversorgung und bla. Eine neue Technologie hat sich entwickelt. Neue Blueprints sind für kraftvoll. Und wir haben hier eine riesen Hefekolomie vernichtet. Und wir müssen scheinbar da oben noch mehr zerstören. Mal schauen. Vielleicht auch noch gerne draußen posten. Aber die Ausrüstung war ein bisschen verbessert. Mehr Schilder und so. Ja echt blöd, dass wir zwei Folgen auf den Fall lern gegangen sind. Kann ich mir beim besten Willen nicht erreichen. Ich hab ihn mit ihm geholfen. So, ich dachte, wir haben hier nochmal Palladium, dann haben wir was hier zu holen, würde ich mal sagen. So, jetzt 400, ich lasse mich mal 4 von denen versorgen. So, ich lasse mich mal, dann mauer ihn. Ah, genau. So, schon wieder mit dem Penner. Oh, ich hasse die. Okay. So, ich lasse mich mal. So, ich lasse mich mal. So, ich lasse mich mal. So, jetzt sind wir die hier vorbei. So, die Palladium sind für 2 Kraftwerke. So, ich lasse mich mal. 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 Vorsichtig, wenn sie angreifen, gerade zwar nicht viel Strom hier So, schon fast Alles klar So Warum wäre das jetzt fertig? Wir brauchen hier Strom, und zwar viel, und zwar gleich Ja, jetzt schon, jetzt passt es Genug Power Oh, das ist noch zu weit für Tatic So So Jetzt kassiert es So So Da kann ich aus Ha, wir können das auch hier So Muss man hier unten dicht machen Hier zu So 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 Ok... Die Kobay bleibt verraschen, dass sie das wegziehen. So, die Verteidigung ist hier mal fertig, oh nein, dann noch ganz, da noch so eine Stelle. Ah, die hat gesunken wieder. Und, die neue Geräusche. Was? Woah! Eh. Eeehaw! Was ist das so großartig, das ist so großartig? Wir haben keine Basis noch gar nicht auf diesem Dingsbord. Besser im Floor, nach oben. Besser im Floor, nach oben. Und das war jetzt das Witz, oder? Was ist das denn? Die Technologie Queue ist Eidl. Select new technologies for development. Research completed. Base is under attack. Under attack. Was? Oje. Das bleibt doch nicht so gut, wie ich dachte. Oh. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Raketenwerfer. A new leg. Verrichten die das sicher. Nö, das geht nicht wieder. Platz machen wir. Platz machen wir. Okay. Okay. So. So. Na ja. Kobalt ist es natürlich noch ein Problem. Mal sehen. Wo können wir das am einfachsten lösen? Ich würde mal sagen, wir werden hier unten noch eine Basis hochziehen. Jetzt auch schon wieder weniger. Oh, hier. Den Bereich kann man es auch machen. Muss auch viel saurer. So, hier, dicht. So, da brauchen wir den Kug ein. 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 Das ist die nächste Zeit. Okay, hier geht's. Was ist das? Hey! Oh, perfekt! Mehr Wasser für uns! Okay, um... Okay Es ist ein Pilz oh A new technology has been developed new blueprints are available for crafting A new technology has been developed for a long time die uns dann irgendwelche Pflanzen züchtert, um Kuhweizung zu bekommen. Ah, genau, hier dicht. So, die Frage ist nun... Was? Oh, dafür brauchen wir Kobold. Shit. Das ist ja nicht blöd. Blütenkubator. Für die brauchen wir allgemein Kobold, um die zu bauen. Alter, wer ernst? Auch für den Harvester. So, ja, auch der braucht natürlich Kobold. Nein, du Idiot! Nicht verkaufen. So, dass wir die Pflanze dann nehmen können. Da beginnen wir... Ich glaube, mit der Wasserproduktion. So, wenn wir dann... Hier wahrscheinlich. Da brauchen... Das bringt Kobold. Ja, und das wird's dann wohl auch werden. Ferrit. Das wird's. Pflanzt und Kobold. Die blöde Ritter sind... Pflanzt... Wahrscheinlich noch gar nicht so viel bekommen. Wirklich. Und sie sind langsam. Ah, die ist billiger. Verdammt! Und die ernten hier gar nichts. Oder wie? Tja, Freunde, da werden wir wohl noch ein bisschen... warten. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Gut, aber das war's wieder für diesen Part. Hartlich bedankt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!